Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight und wir sind hier in der Gideon Fleischfabrik. Ne, ne, ne. Das ist ein Alter, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ganz kurz. Gut. Nice. Oh mein Gott, bitte. Und schon wieder die Jägerin. Boah. Nein, das ist jetzt. Hey. Ich habe keinen Plan, wo die ist. Oh, hier kann ich was, okay. Also wenn sie jetzt gleich hier um die Ecke gefleucht kommt, kann ich hier runter, abhauen. Ist die unten oder wo ist die? Ach, die ist unter mir. Kann das sein? Ja. Okay, cool. Okay, kann ich das verspaßen? Okay, cool. 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 Jetzt war ich so angespannt. Nein. Nein. Ich kann dich da. Du bist wirklich ein bisschen. Ah, nein. Wir weg. Ah, nein. Geh weg. Nein, der Arma. Nein. lasst mich doch in ruhe nein könnte die andere mann warum ich konnte das doch immer mein 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 Oh, ich bleibe hoch. Nein. Wo kann ich denn hier rein? Hier. Irgendwo, oder? Oh nein! Alter, das war so dumm, ey. Das war voll dumm, ey. Die hat genau gewusst, ich komme wieder. Nein, nein, nein. 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 Okay, das ist der andere. Okay, der andere ist... Macht den Generator oder was? Nein. Okay. Come on. Oh, mein Gott. Wie? Wir haben schon wieder kein Glück. Oh nein, oh nein, oh nein. 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 Oh nein, jetzt hängt sie dich an den Haken. Oh nein. Oh nein, jetzt hängt sie dich an den Haken. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm, finde die Luke, finde die Luke. Das wäre echt gut. Nee, 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 nee. Kann ich ja hier irgendwo sein, oder? Ich bin gleich da. Wo ist die Luke? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war dumm. Du hättest nicht in den Schrank trennen dürfen. Okay. Jo, da sind wir wieder. Okay, wir sind in der Irrenanstalt. Und ich hoffe, dass es nicht schon wieder die blöde Jägerin ist. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich höre Herzklopfen, aber kein Gesumme. Oh nein. Nee, 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 nee. Das ist der Hilfs-Sheriff. Mein Scheibenkleister. Nee, 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 nee. Die ist echt brutal. Da habe ich keinen Plan, wie ich mich da wehren soll. Das kriege ich nicht hin. Okay. Er schießt wieder Warnus in der Gegend. Oh, no, 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 no. Ich brauche unbedingt einen kleinen Generator. Den ich ein bisschen geschützter machen kann. Hier vielleicht. Kann er rein? Kann ich das? Yeah. Kann er rein? Kann er rein? Kann er rein? Wer hat schon wieder jemanden reingezogen? Mit seiner Knarre. Ey, Mann, ist der brutal, Mann. Ey, das ist jetzt äffend. Wer schießt da in der Gegend rum? Ey, brrrr. Yay, ich mach den Generator. Da werde ich alles andere essen. Egal, komm schon. Ich bin froh, dass wir nicht auf der Map sind. Auf der Western Map. Oh, oh, oh. Kann das sein, dass er jetzt in meiner Richtung kommt? Tschüss. Oh Gott. Duft anhalten. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich jetzt safe... Er schießt ja immer noch in der Gegend rum. Er schießt ja immer noch in der Gegend rum. Oh Gott. Oh Gott. Ich mag den Typ nicht. Okay. Er hat wieder jemanden angehittet. Oh, das nervt. Er ist doof. Er ist voll doof, Mann. Oh, das nervt. Das nervt. Oh, das nervt. Wir brauchen noch Generatoren Leute Was mach ich denn da für ein Scheiß Halt die Taste losgelassen Oh mein Gott Da klimpert schon ein Generator vor sich hin Das ist schon mal gut Noch drei Stück brauchen wir Ich hab keinen Schimmer wo der Kamerad ist Ich traue mich nicht weiter zu gehen Oh yeah Okay er schießt wieder an der Gegend rum Ach soll ich's wagen Oh mein Gott Ich hab Angst Kann ich das schaffen? Ich weiß es nicht Oh nein Scheiße ich muss hier weg Ich muss hier weg Ich muss hier weg Ich muss hier weg Oh mein Gott Rette sie ihn Keine Ahnung Ich helf hier mal schnell Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Okay Ist hier ein Ausbau irgendwo? I don't know Guck mal Binde den Ausgang Ja mach ich doch Okay Oh Gott Im Himmel Wollte das Glück mal wirklich auf meiner Seite sein? Nein 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 Die blöde Sau Oh Mann Malik Ich hau ab ey Ich bin raus ey Nein 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 Untertitelung des ZDF, 2020